1959 war ein bewegtes Jahr für den Dalai Lama. Beginnend mit dem Aufstand in Tibet gegen die kommunistische Regierung der Volksrepublik China vor rund 60 Jahren, genauer am 10. März 1959. Mit dem Ausbruch der Proteste in Tibets Hauptstadt Lhasa musste der Dalai Lama aus seiner Heimat fliehen. Seitdem lebt er in seinem indischen Exil. Durch seinen friedlichen Kampf gegen die chinesische Besatzung hat Tenzin Gyatso, so der bürgerliche Name des 14. Dalai Lama, weltweite Berühmtheit erlangt. Unser Indien-Korrespondent Bernd Muschburowska hat seine Heiligkeit, den Dalai Lama, persönlich getroffen, denn er hat ihn in seinem Exil besucht. Während sich der Dalai Lama in seiner Residenz in Dharamsala im Norden Indiens der alltäglichen Morgenmeditation widmet, haben sich im Tempel nebenan die Mönche schon zum Gebet versammelt. Seit 60 Jahren lebt das Oberhaupt der tibetischen Buddhisten und mit ihm viele seiner Anhänger in dem kleinen Ort McLeodganch, oberhalb von Dharamsala im indischen Bundesstaat Himachal Pradesh. Wenige Tage nach dem Aufstand der Tibeter gegen die chinesischen Besatzer, am 10. März 1959, entschied sich der damals noch junge Dalai Lama zur Flucht. Es habe keine andere Möglichkeit gegeben, sagt er noch heute. Die Emotionen seien zu groß gewesen, auf beiden Seiten. Die Tibeter waren nicht zu beruhigen und auch die Chinesen nicht. Die Chinesen wollten uns mit Waffengewalt unterdrücken. Ein klares Zeichen war die Artillerie auf der anderen Seite des Flusses. Normalerweise waren die Geschütze verdeckt. Doch dann, am 16. März, standen sie schussbereit Richtung Butala-Palast. Da blieb mir nichts anderes übrig, als zu fliehen. Auch in diesem Jahr erinnerten die Exil-Tibeter am 10. März an den Aufstand. Zum 60. Jahrestag gab es eine ganz besondere Gedenkfeier. Männer und Frauen in traditionellen tibetischen Kostümen zogen, während sie die Fahne Tibets schwenkten, zum Tempel neben der Residenz des Dalai Lama. Dort hatten sich hunderte Exil-Tibeter versammelt und viele Gäste aus der ganzen Welt. Schätzungsweise 120.000 Tibeter leben im Exil, nur die wenigsten in Daramsala. Die meisten haben in anderen Teilen Indiens und in Nepal eine neue Heimat gefunden, manche auch in anderen Ländern. Doch in Daramsala sei das Zentrum des tibetischen Freiheitskampfes, sagt der Präsident der Exil-Tibeter Lobsang Sangai. Auch nach 60 Jahren Unterdrückung durch die chinesischen Besatzer und trotz deren Versuche, uns zu unterdrücken und auszulöschen, sind wir noch da. Wir stehen auf den Beinen und halten den tibetischen Geist aufrecht. Und unsere Hoffnung besteht weiterhin. Wir haben den Mut noch nicht verloren. Eine baldige Rückkehr nach Tibet können sich nur wenige Exil-Tibeter vorstellen. Vor allem die Ältesten, die sich damals im März 1959 zusammen mit dem Dalai Lama auf die Flucht nach Indien gemacht haben, erinnern sich nur zu gut an die Unterdrückung durch die chinesischen Besatzer. So wie der 73-jährige Suel Chin, der zur Gedenkfeier anlässlich des Tibet-Aufstands vor 60 Jahren gekommen war. Ich war damals ein Jugendlicher, aber ich erinnere mich noch genau. Die Chinesen haben gesagt, sie seien zu unserer Befreiung gekommen, sie seien unsere Brüder. Aber in Wirklichkeit mussten die Tibeter Zwangsarbeit ohne Bezahlung leisten. Und unsere Mönche wurden ins Gefängnis gesteckt und es wurde ihnen verboten, ihre roten Roben zu tragen und ihre Religion zu praktizieren. Im Gegensatz zu den Alten haben die jungen Exil-Tibeter das Land ihrer Eltern und Großeltern noch nie gesehen. Und doch oder gerade deshalb sind es die Jüngeren, die die Forderung nach einer Unabhängigkeit Tibets am stärksten vertreten. Die internationale Staatengemeinschaft habe die Tibeter vergessen, klagt Tashi Lam Sang, der Sekretär der Jugendorganisation Tibetan Youth Congress. Seine Heiligkeit, der Dada Lama, setzt darauf, dass eine Lösung in Übereinkunft mit der chinesischen Regierung gefunden wird. Doch dieser Mittelweg mit Tibet als autonomer Region innerhalb der Volksrepublik China hat in den vergangenen Jahrzehnten nichts gebracht. Wir kämpfen für eine vollständige Unabhängigkeit von China. Doch dafür brauchen wir mehr Unterstützung durch die internationale Staatengemeinschaft. Viele Länder unterwerfen sich aus wirtschaftlichen Gründen dem chinesischen Druck. Und das ist nicht fair gegenüber Tibet. Bereits seit dem 13. Jahrhundert erhob der große Nachbar China Ansprüche auf Tibet. 1644 wurde Tibet erstmals an das Kaiserreich angeschlossen. 1911 dann die Unabhängigkeit. Tibet konnte sich fast völlig dem Einfluss des großen Nachbarn entziehen, bis 1950 die chinesische Volksbefreiungsarmee in dem Land einmarschierte und Tibet der ein Jahr zuvor gegründeten kommunistischen Volksrepublik China unterwarf. 1965 wurde Tibet zum autonomen Gebiet erklärt. Während die jungen Exil-Tibeter ihre Forderung nach einem freien Tibet-Laut stark Luft machen, versucht das religiöse Oberhaupt der Tibeter, der 14. Dalai Lama, seit langem eine friedliche Einigung mit China zu finden. Er kämpfe heute mehr um das kulturelle Erbe Tibets und weniger um eine politische Unabhängigkeit, sagte er in einem ARD-Interview anlässlich des 60. Jahrestages seiner Flucht aus Tibet. Wir streben keine Unabhängigkeit mehr an. Wir sind bereit, ein Bestandteil der Volksrepublik China zu bleiben. Sie müssen uns aber unsere eigene Selbstverwaltung lassen. Selbst in der chinesischen Verfassung ist die tibetische Autonomie-Region festgeschrieben. In dieser Region sollten wir Tibeter das Recht haben, unsere Sprache und unsere Kultur zu pflegen. Der Raum, in dem der 14. Dalai Lama seine Gäste empfängt, ist mit kostbaren buddhistischen Tankas und goldenen Buddha-Statuen und Reliefs geschmückt. Das 84-jährige religiöse Oberhaupt der Tibeter wird von seinen Anhängern mit ihrer Heiligkeit angesprochen. Er selbst sehe sich als Mensch, sagte er, und betrachte es als seine wichtigste Aufgabe, der Menschheit Mitgefühl nahezubringen. Menschen sind, das ist wissenschaftlich erwiesen, zu Mitgefühl fähig, denn wir sind soziale Wesen. Deshalb möchte ich Mitgefühl verbreiten. Wir Menschen sollten dieses Gefühl von Liebe, das wir zum Zeitpunkt unserer Geburt haben, bis zum Ende des Lebens bewahren. Dann wären wir alle glücklicher. Misstrauen, Angst, Ärger und Stress zerstören unser Immunsystem. Auch das haben Wissenschaftler bestätigt. Deshalb hat die Verbreitung von Mitgefühl für mich oberste Priorität. 1989 erhielt der Dalai Lama den Friedensnobelpreis. Das Nobelkomitee zeichnete damit sein Bemühen für eine friedliche Lösung des tibetischen Freiheitskampfes aus. Viele Jahrzehnte ist er durch die ganze Welt gereist, um sich dafür einzusetzen. Die Reisen sind seltener geworden, denn auch beim Dalai Lama sind die Spuren des fortgeschrittenen Alters nicht zu übersehen. Seinen Humor hat er nicht verloren. Mit freundlichen Augen und mit aufmerksamem Blick hört er seinen Gesprächspartnern zu und antwortet langsam und bedächtig, aber oft mit einem sympathischen, selbstironischen Lachen. Ich liebe den Marxismus. Karl Marx aus Deutschland. Er hat während der Industrialisierung in Europa etwas gegen die Ausbeutung der Arbeiterklasse getan. Das kann ich voll unterstützen. Da bin ich ein Marxist. Doch dann kamen die bolschewistische Revolution, Lenin und später Stalin. Und so wurde die wunderbare Idee des Marxismus zu einem totalitären System. Und das ist nicht gut. Inzwischen lebt die dritte Generation der Exil-Tibeter im indischen Dharamsala. In der vom Dalai Lama vor 60 Jahren gegründeten Schule lernen sie bis heute nicht nur die tibetische Schrift und Sprache, sondern auch die Geschichte ihres Landes und die buddhistische Tradition. Viele Schüler stammen aus tibetischen Familien, die in anderen Himalaya-Regionen Indiens, in Nepal oder Bhutan eine neue Heimat gefunden hatten. Doch ihre Eltern hätten entschieden, dass sie an der Tibetan Children's Village School in Dharamsala eine bessere Ausbildung bekommen könnten, bekräftigt der Schulleiter Tzul Trimdorji, der selbst mal als kleines Kind aus Tibet hierher gekommen ist. Wir versuchen unseren Kindern Mitgefühl beizubringen und ihr Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Werte, die von den Lehren seiner Heiligkeit, des Dalai Lama, beeinflusst sind. Bildung sei die Grundlage für den Erhalt der tibetischen Kultur, sagt auch der Dalai Lama. In der Tradition des tibetischen Buddhismus werde eigenständiges Denken vermittelt und nicht widerspruchsloser Gehorsam. Das habe Buddha selbst seinen Anhängern mit auf den Weg gegeben. Und das werde auch den tibetischen Schülern gelehrt. Wir glauben nicht alles, was in den Büchern steht. Und wir stimmen nicht einfach so allem zu. Wir stellen immer die Frage, warum? Auch gegenüber den Lehren Buddhas. Buddha selbst hat seinen Anhängern gesagt, sie sollen seine Lehren durch eigenes Studium überprüfen. Das ist einzigartig. Wir benutzen unseren Verstand und suchen immer nach einem Widerspruch in den Aussagen anderer. 1.500 Schülerinnen und Schüler werden an der Tibetan Children's Village School unterrichtet. Viele leben hier im Internat in gepflegten Unterkünften. Auf dem weiträumigen Schulgelände gibt es Sportanlagen, Bibliotheken und Gärten, die der Schulleiter Dorji mit einem gewissen Stolz den Besuchern vorführt. Er selbst hat einen großen Teil seines Lebens an dieser Schule verbracht. Die Schule war anfangs für Kinder aus Tibet gedacht, wie ich selbst. Ich bin auch von meinen Eltern aus Tibet hierher geschickt worden. Tausende haben diese Schule durchlaufen und später eine weitergehende Ausbildung oder ein Studium absolviert. Heute kommen mehr Kinder, die in Indien, Nepal oder Bhutan geboren sind. Auch Nicht-Tibeter, mit denen wir die Sprache und Traditionen teilen. Auf diese Weise können wir hier die tibetische Kultur am besten erhalten. Aus Tibet kämen heute immer weniger Schüler, klagt Dorji. Seit Jahren sei die Grenze weitgehend unpassierbar. Denn China übe Druck aus auf alle Nachbarstaaten. Ja, es kommen noch Kinder aus Tibet, aber längst nicht mehr so viele wie früher. Vor 2008 kamen 800 Kinder pro Jahr zu uns. Die wurden sofort aufgenommen, ohne Wartezeiten und sie mussten auch nichts bezahlen. Aber heute verhindert China, dass Flüchtlinge aus Tibet rauskommen. Der einzige Weg wäre noch über die Grenze nach Nepal. Doch dort können sie jederzeit von der Polizei aufgegriffen werden. Und dann werden sie möglicherweise an die chinesischen Behörden übergeben und verschwinden, auf Nimmerwiedersehen. Die Schule der Exil-Tibeter wird weitgehend von Spenden aus aller Welt finanziert. Ob das Geld aus dem Ausland auch noch fließt, wenn der 14. Dalai Lama einmal nicht mehr lebt? Diese Frage beschäftigt viele in Daramsala. Denn die weltbekannte Integrationsfigur der Tibeter ist schon 84 Jahre alt. Noch könne er sich nicht vorstellen, wie es dann weitergehe, sagt Lop Sang Sangai, der Präsident der tibetischen Exilregierung. Als Tibeter möchte man gar nicht daran denken, denn er bedeutet so viel für uns. Aber der Dalai Lama spricht immer wieder offen darüber. Schon an meinem ersten Tag im Amt hat er mir gesagt, ich müsse für die Zeit planen, wenn er nicht mehr da sei. Das war ein Schock für mich. Als Tibeter bin ich noch immer in der Phase des Nicht-Wahrhaben-Wollens. Aber als Politiker mit Verantwortung muss ich natürlich seinen Rat befolgen. Dolma Yang Chen, die Präsidentin der tibetischen Frauenorganisation, erlebte die Flucht aus Tibet als Baby in den Armen ihrer Eltern. Der heute 60-Jährigen kamen die Tränen bei dem Gedanken, was mit Tibet geschehen werde, wenn der 14. Dalai Lama irgendwann nicht mehr lebt. Die Chinesen warten natürlich darauf, dass der Dalai Lama stirbt. Aber das wird nicht so schnell passieren. Wir denken schon manchmal darüber nach, was dann aus uns wird. Bestimmt wird sich dann einiges ändern, auch die internationale Unterstützung für Tibet. Und das beunruhigt uns natürlich. Während der Dalai Lama für eine friedliche Einigung mit der Volksrepublik China plädiert und sich für den sogenannten Mittelwegansatz ausspricht, ist bei vielen Exil-Tibetern in Dharamsala der Wunsch nach mehr Freiheit noch immer groß. Auch Dolma Yang Chen will sich mit der Vorstellung einer autonomen Region Tibet in den Grenzen Chinas nicht abfinden. Nein, auch wenn das noch lange dauert, können wir nicht akzeptieren, dass Tibet ein Teil Chinas bleibt. Tibet war immer ein unabhängiges Land, dafür gibt es historische Beweise. Aber China ist jetzt wirtschaftlich sehr stark und viele Staaten unterwerfen sich deshalb dem Willen der Regierung in Peking. Irgendwann werden sie merken, dass alles, was die chinesische Regierung verspricht und tut, immer nur ihren eigenen Interessen dient. Sie nehmen alles zurück, was sie mal gegeben haben und noch mehr. Die Regierung der Volksrepublik China beobachtet genau, in welchen Ländern der Dalai Lama empfangen wird und wer sich mit ihm trifft. China betrachtet den Dalai Lama als einen gefährlichen Separatisten und unterstellt demzufolge jedem Land, in dem der Dalai Lama auftreten darf, den Zerfall der Volksrepublik China zu unterstützen. Wann immer der frühere US-Präsident Barack Obama den Dalai Lama im Weißen Haus begrüßte, drohte China mit harten Konsequenzen für die ohnehin schwierigen diplomatischen Beziehungen der beiden Staaten. Die beiden Friedensnobelpreisträger trafen sich während der achtjährigen Amtszeit Obamas viermal. Dabei empfing Obama den Dalai Lama sogar in seinen Privaträumen und nicht im Oval Office, wo sonst Staatsgäste empfangen werden. Auch Deutschland bekommt den chinesischen Druck, wegen des Dalai Lama zu spüren. Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im September 2007 als erste deutsche Regierungschefin das Oberhaupt der Tibeter im Kanzleramt empfing, hagelte es harschen Protest aus Peking. Bis heute würden alle deutschen Politiker, die sich für Tibet einsetzten oder mit dem Dalai Lama in Kontakt stünden, von chinesischen Diplomaten Protestschreiben erhalten, sagt der Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Menschenrechte, Michael Brandt. Auch er steht wegen seines Engagements für Tibet auf der schwarzen Liste der chinesischen Regierung. Ihm werde schon seit Jahren kein Visum mehr gewährt, sagte Brandt. Deshalb konnte der Bundestagsausschuss für Menschenrechte auch schon lange nicht mehr nach China reisen. Also Deutschland gehört zu den Ländern in Europa, die das Thema Menschenrechte immer ansprechen, die Bundeskanzlerin, der Außenminister. Aber es reicht nicht aus. Denn wenn ich überlege, dass der Deutsche Bundestag die Menschenrechtler seit über drei Jahren nicht in dieses Land reisen dürfen, während Wirtschaftsdelegation und Wirtschaftsausschuss reisen darf, muss man sich die Frage stellen, ob man nicht auch mal eine Konsequenz zeigt. Das heißt, wenn deutsche Parlamentarier und andere nicht nach China reisen dürfen, dann im gleichen Maßstab auch Diplomaten aus China nicht nach Deutschland reisen. Das wäre eine Antwort, die auch im Übrigen in China verstanden wird. In Deutschland sagen wir immer, wir dürfen die Themen nicht so offen ansprechen, weil ansonsten die Chinesen ihr Gesicht verlieren würden. Und andersrum wird natürlich auch ein Schuh draus. Wenn wir die Dinge nicht ansprechen, klar und auch Konsequenzen zeigen, verlieren wir das Gesicht gegenüber China. Der CDU-Abgeordnete aus Fulda war anlässlich des 60. Jahrestages des Tibet-Aufstands nach Daramsala gekommen und als einer der Redner bei der feierlichen Gedenkveranstaltung auch vom Dalai Lama empfangen worden. Er werde sich keinesfalls dem chinesischen Druck beugen, sagte Brandt. Vielmehr müsse die Volksrepublik China erkennen, dass das Problem Tibet nur durch Gespräche gelöst werden könne. Das Wichtigste ist, dass die Welt, auch wir in Deutschland, uns nicht gewöhnen dürfen an das Unrecht, das den Tibetern passiert. Es geht auch um unsere Werte. Demokratie, Menschenrechte. Es wird Zeit, dass China ein neues Kapitel aufschlägt. Denn niemand kann Interesse daran haben, weder China noch Tibeter, auf neue Konflikte. Die blutige Spur hat im Übrigen in Tibet begonnen, die heute bei den Uiguren in Xinjiang stattfindet. Und in Deutschland müssen wir mehr darauf setzen, dass wir den Chinesen nicht nur gefallen wollen, sondern dass wir auch zeigen, dass unsere gemeinsamen Werte, Menschenrechte, nicht verhandelbar sind und dass man Wirtschaft nicht gegen Menschenrechte ausspielen darf. Für die deutsche Wirtschaft hat der riesige Markt der Volksrepublik China eine enorme Bedeutung. Selbst große Unternehmen wagen es nicht, dem chinesischen Druck zu widerstehen. Als die Werbeagentur für Mercedes-Benz vor rund einem Jahr eine buddhistische Lebensweisheit des Dalai Lama für eine firmeninterne Motivationskampagne nutzte und dabei das Oberhaupt der Tibeter als Zitatgeber ausdrücklich erwähnte, hagelte es umgehend Proteste aus Peking. Mercedes-Benz entschuldigte sich daraufhin und sah sich offenbar zu dem Versprechen genötigt, solche Verfehlungen künftig zu unterlassen. Die in diesem Fall genutzte Lebensweisheit des Dalai Lama empfahl, ein Problem stets von allen Seiten zu betrachten. Der Dalai Lama selbst hat sich schon lange aus der Politik zurückgezogen. Seit er im Jahr 2011 seine Rolle als politisches Oberhaupt der Tibeter aufgegeben hat, werden die Geschicke der Exil-Tibeter von der zentralen tibetischen Verwaltung und einem Parlament geleitet, das den Umständen entsprechend halbwegs demokratisch gewählt wird. Parlamentssprecher Pema Jungnai sieht den Mittelweg, den der Dalai Lama empfiehlt, als einzige realistische Zukunftsperspektive der Tibeter. Tibet war immer unabhängig, aber die Chinesen behaupten, Tibet sei immer ein Teil Chinas gewesen. Doch wir werden nicht um unsere Unabhängigkeit betteln. Niemals. Gewalt ist auch keine Lösung. Das kommt für uns nicht in Frage. Eine gewaltfreie Lösung wird aber keinesfalls dazu führen, dass die Chinesen uns unsere Unabhängigkeit geben. Deshalb ist der Mittelwegansatz der einzige Weg. Aber sie müssen uns unsere Selbstbestimmung garantieren und uns unsere Kultur pflegen und unsere Sprache sprechen lassen. So steht es in der chinesischen Verfassung und so sollte es auch umgesetzt werden. Der Sprecher des Exilparlaments der Tibeter orientiert sich mit diesem Standpunkt an der realpolitischen Einschätzung des Dalai Lama zur Zukunft Tibets. Auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten könne Tibet als unabhängiger Staat kaum existieren, sagt der Dalai Lama. Nicht zuletzt wegen seiner geopolitischen Lage, eingezwängt zwischen zwei so großen und starken Mächten wie China und Indien. Realistisch betrachtet können wir als Teil der Volksrepublik China nur profitieren. Die chinesische Wirtschaft ist sehr stark. Sie haben schon viel getan für die Infrastruktur in Tibet. Neue Straßen, neue Häuser. Das ist alles sehr gut. Aber sie müssen erkennen, dass unsere Kultur auch ihren Wert hat und dass man die nicht einfach auslöschen darf. Gerade im Westen interessieren sich doch viel mehr Menschen für die tibetische Kultur als für die chinesische. Eine Rückkehr des 14. Dalai Lama nach Tibet hat die Kommunistische Partei der Volksrepublik China bislang nicht erlaubt. Offenbar ist den Chinesen das Risiko zu groß, dass der Friedensnobelpreisträger der Separatistenbewegung in Tibet neuen Schwung geben könnte. Nach wie vor genießt der Dalai Lama in Tibet großes Ansehen. Doch schon der Besitz eines Fotos von ihm kann dort Grund für eine Festnahme sein. Viele buddhistische Mönche und Nonnen, die loyal zum Dalai Lama stehen, sollen im Gefängnis sitzen und gefoltert worden sein. Die Aussichten, dass die Anhänger des Dalai Lama in Tibet ihr religiöses Oberhaupt noch einmal zu sehen bekommen, scheinen gering. Und der nächste Dalai Lama wird, nach der Tradition der tibetischen Buddhisten, als Reinkarnation des vorherigen bestimmt. China will dabei ein entscheidendes Wort mitreden. Unvorstellbar für die Tibeter. Die Entscheidung über den 15. Dalai Lama, also das künftige religiöse Oberhaupt der tibetischen Buddhisten, müsse allein bei den Tibetern liegen, sagt der Sprecher des Exilparlaments in Dharamsala, Pema Jungnai. Das kann doch nicht von den Kommunisten in China bestimmt werden. Das sind alles Ungläubige. Für die ist doch Religion Opium fürs Volk. Die Reinkarnation ist unsere Tradition. Wie können die sich denn da einmischen? Das ist doch ein Witz. Auch der Dalai Lama selbst kann darüber nur lachen. Wenn es in der Zukunft, nach meinem Tod, zwei Dalai Lamas geben sollte, einen, der von hier bestimmt wird, in einem freien Land, und einen, der von China eingesetzt wurde, dann wird doch niemand dem chinesischen Dalai Lama vertrauen oder ihn respektieren. Und dann haben die Chinesen ein weiteres Problem. Selbst die ältesten Tibeter im Exil und in Tibet selbst haben in ihrem Leben keinen anderen Dalai Lama gekannt als den Amtierenden, der vor rund 84 Jahren unter dem Namen Tenzin Gyatso als Sohn einfacher Bauern in Tibet geboren wurde. Nach dessen Tod verlieren sie nicht nur ihre Identifikationsfigur, sondern möglicherweise auch den Garanten für die noch immer bestehende weltweite Solidarität mit Tibet. 60 Jahre Tibet-Aufstand und Flucht des geistlichen Oberhaupts der Tibeter nach Indien. Unser Korrespondent Bernd Muschburowska hat den Dalai Lama persönlich getroffen und mit ihm seine Geschichte der letzten 60 Jahre Revue passieren lassen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Mehr Informationen auf www.Hitler-Aufstand.de Untertitelung des ZDF, 2020